Leute, es ist unglaublich. In diesem Schulbuch hier, D1, Deutsch für die achte Klasse, erschienen im Westermann Verlag, wird unser Theaterstück Antigone besprochen. Und zwar ein ganzes Kapitel lang. Voll krass. Hier, guck mal, da. Siehst du Melanie, meine Bubenpartnerin, da, guck mal, da sind wir beide. Und das Stück wird vor allem mit dem Original verglichen. So, und hier tritt das ein, was ich mir im Grunde immer gewünscht habe, als ich dieses Stück geschrieben habe, wie auch das Vorgängerstück König Oedipus, da war ich nämlich selber noch Schüler. Und ich habe mich damals immer schon gefragt, sag mal, geht das nicht irgendwie geiler? Kann man so ein Stück nicht so aufbereiten, dass mir als Schüler das auch Spaß macht? So, wie müsste das sein, damit ich das gut finde? Und jetzt sind wir in einem Deutschunterrichtsbuch. Total krass. Die Schüler und Schülerinnen lernen jetzt also anhand von Antigone ein Theaterstück zu untersuchen und zu verstehen. So heißt auch dieses erste Kapitel, ein Theaterstück untersuchen. Das heißt, Schülerinnen und Schüler wird jetzt anhand des Stückes beigebracht, wie funktioniert Theater eigentlich? Wie sind Dialoge aufgebaut? Wie charakterisiert man Figuren? Wie werden Konflikte aufgebaut? Wie funktioniert ein dramaturgischer Bogen? Und zwar eben anhand von Antigone in der Fassung von Bodo, Carmen und mir, wir sind total geplättet. Ja, ja, uns sind die Augen aus dem Kopf gefallen, als wir das gesehen haben. Wir dachten, ey, wie geil. Vor allem auch, wie es aufbereitet ist. Nicht nur, was drinsteht, sondern wie es aussieht. Es macht wirklich Spaß, das zu lesen. Und was hier die wenigsten wissen, ich habe ja Musik und Deutsch auf Lehramt studiert. Nicht fertig. Die Kabarettkarriere kam mir dazwischen. Aber ich hätte auch Lehrer werden können. Und jetzt stellt sich heraus, ich bin es faktisch geworden. So, seit wir in diesem Buch stehen, bin ich Teil, sind wir Teil des Bildungskanons. Ja. Und selbst so moderne Aspekte wie die Würde des Menschen, die wir in das Stück reingebaut haben, werden hier gesprochen. Es werden ganz kluge Fragen an den Text gestellt. Ich finde, es macht richtig viel Spaß, den Redakteurinnen auf ihrem Weg hier durch unser Stück zu folgen. Was hast du da noch? Genau. Ja, hier. Da sieht man noch mal beide hier sehr schön am Thron. Das ist wirklich unglaublich, oder? Man kann es echt nicht fassen. Wir schlagen vor, wenn wir das Theaterstück in eurer Nähe spielen, kommt vorbei. Am besten mit eurem Deutschlehrer, eurer Deutschlehrerin. Seid unsere Gäste auch, um zu überprüfen, ob wir auf der Bühne denn alles richtig machen, wie es hier drin steht. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Redakteurinnen vom Westermann Verlag, die sich unseres Stückes angenommen haben und es in das Schulbuch überführt haben. Supergut. Vielen, vielen Dank. Wir sind total stolz und glücklich. Es ist uns eine Ehre. Leute, es ist unglaublich. In diesem Buch. Wie hieß das noch, dieses Medium von damals? Ja, ja, dieses Internet zum Umblättern. Hahaha.